So, ein wunderschön, ja, Friedung 2, Level 11. So, will check. Oh, will das? Boah, alter. Geht jetzt hier ab. Die sind nicht gerade sehr gastfreundlich hier. Ja, so, ein bisschen lauter machen, damit ich hier auch was höre. Okay. Stirb halt leise. Hier brauchen wir was Rotes, hier was Blaues. Ja. Und kochen wir mal gar nichts. Und da was gleich ist. Okay. Oh mein Gott, ne. Ja. 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 Kommt der da nicht raus oder tut der nur so? Ich hab ja doch eine Autoshotgun, sehr geil! So! Okay, up in den nächsten, äh, up in den nächsten Mal. Oh, oh my goodness. Whoa! Whoa! What? Oh! 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 Hm. Ach! Okay. Mal kommen seiten durch. Okay. Hä? Ach, wow, wow. Ups. Kacke. Egal. Och, nö! Erlebt mich doch. Haha, hier ist die Grenze. Dankeschön. Er will hier durch. Auslöser. Wow, was macht der da? Was? Wurde? Wow! Was? Oh, alter. Er hat doch locker mich dran vorbeigeschossen. Arschloch. Kein Respekt mehr hier. Kein Respekt mehr hier. Hoh! Hoh! Oh,ifiersen! Hoh! 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 Umzalas! Woaah! ist er da? ja, er ist er da. Das war's für heute. Das war's für heute. Genau. Okay. Willst du hier Munition einsammeln? Äh, ja. Willst du noch mehr Munition? Ja. Ja. Dafür war's dann auch schon bereit. Danke. So. Dafür ist dann wahrscheinlich der Schalter hier. Ja. Gut. Jetzt hat sich nichts geöffnet. Aber diese Zeit-Schaltungen. My goodness. Hiiii. Hallihallo. Ja. 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 Ich höre eine Spinne. Hier gibt es schon mal Raketen. Könnten wir die doch mal wieder einsetzen. Wo geht es hier? Achso, hier geht es gar nicht weiter. Was? Wow. Gut, ein Schalter. Oh! Oh! Noch einer? Wow! Wieso kommt er denn hier durch? Hä? Wie kann ich denn ein Name Shift bei der Entfernung? Das war echt peinlich. Danke. So, danke. Oh, habe ich schon. Gut, jetzt nochmal. Und einfach raus, bitte. Und was habe ich jetzt bekommen? Ah! Ah! Wow! Äh, bitte was? Oh Gott, hier teleportieren sich Sachen rein. An Orten, wo ich es nicht mag wahrscheinlich. Hä? Ich habe keine Ahnung, was du willst. Oh Gott. Oh Gott. Muss ich da wieder rein, oder was? Da war ich doch gerade erst drinnen. Wow! Oh Gott. Ah! Oh nein! Wow! Also lass ihn gerade. Oh, da könnte er bleiben. Da stören wir. Ach, du Kacke! Na komm! Fuck! So, okay. Äh, ne nutze ich nicht. So. Gut, jetzt haben wir den gelben Schlüssel. Wir können also jetzt zum nächsten Bereich. Gut, hier hat sich nichts rein teleportiert. Sehr schön. Boah, bitte was? Das mit dem Treffen muss ich aber nochmal üben. Das ist ja hier nicht gerade sehr berauschen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! So was kommt von sowas. Danke. Danke. Da ist noch wer. Da will noch wer was. Noch mehr spinnen? Ernsthaft? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ja! Ja, vor du. Halt. Von dem Origin-Nobel. Nein! Mann, ey. Mann, ey! Oh. Oh! So, okay, dem Paraden traue ich nicht, oh nein, oh nö, äh, was, äh, okay, oh nö, 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 oh nö WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was machst du denn? Hä? Oh, money. 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 Was? Oh! 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 Ist hier auch ein Blitz? Nein! Na gut! Ähm... I don't like it! Wow! Da kommt der! Verhaupt nicht! So, jetzt muss ich mir was einfach lassen wie diese Revenants! Wie mache ich das am dümmsten? Ähm... Oh komm! Ganz ehrlich hier! Oh! Wow! Hä? 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 Wow! Äh... Hä? 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 Nein! Nein! Hä? Ist es wieder offen? Hä? 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 Oh, du kommst doch wieder durch. Okay. Hä? Ach, wow. Wahrscheinlich können die Tiere diese Linien auch auslösen. Das ist ja mal richtig böse hier. Ah, gut. Oh, hier ist eine Geheimwand. Aha, war klar. Hä? Okay. Hier kommt mein Lender rein. Da hinten ist auch noch was. Hä? Ah, da wird auch durchgeschossen. Das ist also eine transparente Wand. Ah, wow. Ja, okay. Ich glaube, ich schaffe es. Ach Gott, Ronny, was machst du denn hier? Ja. Ja. Hallo. Ja, klar. Leg doch erstmal gegen die Stahlpfosten. Das macht ja auch voll Sinn. Einfach horre ich mir wieder viel zu viel Zeit. Ach Gott. Dann einmal Verschwenden und gehen. So. Dafür hat man ja leider Waffen. Alter, können wir bitte den Rauch hier aufhören? Der irritiert mich. Okay, das ist auch noch so eine Wand. Oh, wow. Da ist eine Karte und da ist eine Wand. Das ist definitiv eine Falle. Ah, super. Ah, super. Danke, stopp. Wow. Wow. Ah, ich schieße ja voll dagegen. Äh, daneben. Danke. Goddammit. Ich muss echt mal wieder Treffen üben hier. Nee, das sind wir nicht. Die question ist, wie komme ich da... Achso, Teleporter. Aha, ich habe jetzt die blaue Karte. So, die nächste Frage ist, wie komme ich da hin? Also, hier ist auch hier keine Wand. Also, hier ist auch hier keine Wand. Hä? Wo bin ich? Ähm... Das ist auch ein Secret? Wow. Aber wie kommt man da denn da normalerweise hin? Ach, da hinten ist doch was... Ah, hier ist doch ein Secret. Nee, nee, nee. Okay, 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 okay. 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 Oh. Oh, ey, wir müssen Waffe aufladen hier. Hätte ich mal machen sollen, bevor ich das Ding da aufgesammelt habe. Ah, einfach durchgehen. Ah, okay, wow, das macht ja einiges, das ist, wow, okay, ja gut, soviel dann zu dem Thema, dann hätten wir das auch geklärt, äh, ja, gut, man lernt halt nie aus. Okay, wir müssen wieder raus und genau, wir sind ja wieder hier direkt und können jetzt in den blauen Bereich. Oha, sehr dezent, gut, es gibt noch irgendwo eine gelbe Tür, die dann wahrscheinlich ein Secret ist, die Frage ist nur, hä, jetzt so, die Frage ist nur, wow, also bei dem Bereich, den wir bisher erforscht haben, reden wir erstmal nicht, äh, gelb, 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 wo ist denn da? Ne, blau, da. Äh, einfach mal wieder zum normalen Waffe wechseln. Äh, okay. Oh, okay. Äh, okay. Oh, okay. Äh, okay. Oha, Waffen, wo denn jetzt? Warum? Wow. Yay. Kannst du mir bitte wieder zugehen? Wobei, ich hab hier schon sehr schönes, äh, hier, ah, Verteidigungsposten. Ach, ja, siehst du, danke. Jetzt lohnt es sich ja. Na? Junge. Ach, schreck mich doch nicht so. Wo? Wo ist denn der? Hallo? Hä, ist er schon tot, oder was? Hä? Ey, verarschen kann ich mich selber. Okay, wir zücken quasi gute Waffe, das würde ich schon mal pute ich. Wo warst er das denn gerade? Ah, wow. Das zückt schon wieder halb tot. Oh, ja, komm. Warum nicht? Oha. Oha. Wow. So, komm, geh hoch. Erstmal hier hingehen, gucken, was hier... Oh Gott. Ist auch noch eine Tür. Hä? Die ist auch eine große Tür. Fühle ich die auf? Nein, fühle ich nicht auf. Dann kriege ich die wahrscheinlich auch nicht auf. Kann das sein? Ja, okay. Dann gibt es also doch nur einen einzigen Ausgang. Der Raum hier ist nur zierter. Okay. So, so kann ich nicht durch? Ja, dann muss ich also hier weiter. Wow. Oh. Oh, Alter. Wow, bitte. Oh, Alter. Oh. Okay. Oh, das geht. okay das schaltet also hierfür gut keine falle ich gehe trotzdem erst mal hier runter ja ja nicht mal was ja klar 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 das war klar wow hallo ja er ist los ein grund zum speichern gut alle andere waffen sind aufgeladen was macht denn hier genau war natürlich nicht aufgeladen und jetzt hier ist auch aufgeladen sehr schön danke schön ok da wollen wir mal in den krieg ziehen erst mal hier die miniguner hier beseitigen da kommt danke hallo guter scheiß gewesen zu sein speichern viel zu oft hast du dir wohl so gedacht hast du dir wohl so gedacht meine wussi bist du befreit so ok speichern schon wieder was hast du getan was hast du getan was hast du getan sie war doch noch so jung und jungfrau und hübsch achso genau da waren die türen ja das sind die türen von wo man da reinkommt die frage ist nur was hat ah ok ah ich wollte gerade fragen was der knopf hinten gemacht hat aber eben oh äh ok ausgänge sind auch versperrt das ist natürlich sehr nett wow ach nicht von dir kam ok alles gut oh mein gott oh mein goody gott arschloch wieso kann ich mich so gut treffen ja der hat bestimmt auto püpern oh oh gefällt mir kann alles nicht haha danke ja oh gott oh gott oh gott ne tür ach ich habe sie fallen ganz schön was los hier und ich wechsle mal zu der hier von der scheint es vor allem meistens positioniert zu geben oh hä bitte was äh was das denn hä ist das süß alter lol haha das gefällt mir was oh 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 wow 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 ja ja hier noch wenn ihr schon nicht liebten mir gegenüber seid könnt ihr denn wenigstens liebten euch selber gegenüber sein ja komm her damit dankeschön so danke 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 und noch so ein Ding ist ja süß die geräuche die geräusche die die dinger dabei machen erinnert mich so an 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 der ist ja auch immer wenn er gestorben ist so eine bräuche machen oder so ähnlich natürlich ja nicht genau die gleichen aber erinnert schon sehr stark dann komme ich hier wieder raus muss ich noch was drücken verstehe ich nicht bin ich gerade so blöd oder tue ich nur so blöd was war hier gar nichts ihr wollt mich doch verarschen aha oh ein schalter wie nett ok oh Ah, nice. Hol noch einen Teleporter. Oh, willkommen auf der anderen Seite. Hä? Moment mal. Ja, das ist eine andere. Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ah, das ist der gleiche Schalter. Okay. Gut. Dann ist er also noch. Die Frage ist, was aktiviert der Schalter? Ja, komm, runter hier. Also da ist schon mal was. Die Frage ist nur, was genau. Das können wir machen die Schalter. Ich muss mal ganz kurz hier, äh, sound. Wow. Hat der Vollfield gebracht jetzt. Ach da, ich habe das extra. Hä? Also ich höre nichts. Fühlt ihr was? Ah, wow. Daddy's toxic. Die Frage ist nur, wie komme ich bis dahin? Bis dahinten hin? Ah, das ist der Watt. Hier, komm, ich spiele mal gleich. Hier, die Watt. Er hat doch sehr gut funktioniert. Er hat genau noch gar nicht funktioniert. Wie komme ich denn da hinten hin? Ist da auch wieder ein Teleporter hin oder was? Ah, ist da auch egal. Ist auch egal. So, dann wieder muss ich hier wieder, äh, so, schon gleich viel besser. Äh, gut. Wir haben den roten Schlüssel, das heißt, wir können jetzt eigentlich direkt zum roten Gegner gehen. Äh, wir sind doch wieder auch da. Lass mich raus. Ich habe eine Botschaft an den König. We are America. Ja. Ja, wohl. Da, hier ist schade. Ah, geil. Oh. Da sind wir schon wieder. Äh, rot. Den ist... Ups, was? Hier ist rot. Hä? Hat sich da was geöffnet? Nee, ach so. Hört so krass aus. Hier kann ich wieder mein Lieblings-Trick anwenden. Das macht voll Spaß. Okay, eine lebt noch. Oh. Hä? Wow, eine lebt noch mal gut, ja? Äh, was ist das denn hier? Och nein, bitte keine, bitte keine großen Monster, wie zum Beispiel ein gewisser Herr Cyberdemon. Oh, das war so klar. Ach so. Äh, hilf mal. Oha. Ach, Leute. Oha. Das hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Also einmal klassisch. Die Frage ist, wie wird diese Bedingung ausgerüstet. Wahrscheinlich wieder durch eine, äh, durch eine Linie. Von daher gehen wir einfach mal Tür auf. Einmal durchrennen, einmal zurückrennen und wieder runter. Tada. Okay. Hä, es lebt mich aber nur noch die Dickerchen. Dann wollen wir die auch mal würdig begrüßen. Lauf! Hä, die kommen gar nicht rüber, oder? Ja, die kommen gar nicht rüber. Wow. Wow. Aua. Aua. Wow, danke schön. So viel zu dem Thema. Und zwar noch 10 Raketen. Alleluia. 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 Ja, den Schottbrenner habe ich gesehen. Keine Angst. Der kommt jetzt auch gerade. Ist da noch einer? Ja klar, da ist noch einer. Äh, hier war der Ding in der Haube. Ist der Schalter? Ah. Oh, du kackle. Wow. Wow. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Boah, alter! Ich glaube, ich habe da gerade einen Archerweiler gesehen. Ja, da oben so auf der Höhe. Da so. Ja, da oben so. Ja, da oben so. I don't like you. Oh, danke. So, hier schon mal Ende. Okay. Da ist ein Schalter. Okay, verstehe ich nicht, aber gut. Okay. Okay. Ey, da gibt es gerade doch Sequels, oder? Oh. So. Sagte er und fand eins. Gut, können wir wieder raus? Ja, wir kommen wieder raus. Sehr schön. Es fehlen vor allem nur noch ein paar Gegner. Danke. Ja. Ja. Frage ist auch noch, für was können wir die gelben Skull gebrauchen, den wir ja gefunden haben. Okay. 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 Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Okay. He's stuck in the rain. Aber es fehlen noch fünf Sequels, den Kopf, den Kopf. Wir gehen einfach zum Ziel. Wir haben soweit alles. Raketen wird auch wieder voll, von daher die wichtigsten Sachen haben wir. Es sollte reichen. Alles klar. Ähm. Ich glaube ich bin nicht falsch. Ja, ich bin nicht falsch. Wo war der hohe Dach. Okay. 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 Ja, das war es in dem Sinne, in dem Sinne, Schaumel V.